m könnten dann diesen was wir gerade erforschen mediashop hinsetzen mit dvds musik video games ja vielleicht so ein game laden ne so ein kleiner doch das ist gar nicht genau egal was schon so habe ich hier oben ein bisschen melden bekommen game laden ja vielleicht hier in denen ja doch aber das dauert noch ein paar stunden was haben wir denn sonst gerade noch wir sollten jetzt nicht noch mehr anbieten ähm hm nur ein getränke laden wäre vielleicht ganz gut das ist eine gute frage k könnte den laden hier oben aber auch erstmal schließen ja werde ich auch erstmal machen ähm weil ich denke ich gerade schon mal kennzeichnen wollen würde ähm ja mach ich auch so ähm nein das soll kein office werden store soll das werden das soll auch ein store werden die sind aber noch nicht eröffnet genau ähm ähm kann ich das mit rechts klicken ja genau so der laden ist weg ähm und dann würde ich die gerne gerade abreißen wollen die ganzen schränke remove soo genau wie das hier abreißen wollen würde ähm build remove kann ich das hier gerade auch abreißen remove was objekt wow gut remove genau abreißen 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 das weise ich jetzt mal gerade komplett ab ähm dann haben wir hier noch dieses maintenance center das würde ich gerne auch noch woanders aufbauen könnten wir hier in der mitte gut aufbauen ähm ja doch ähm so das bauen wir dann noch dazu die werden sollen bleiben und brauchen dann noch stuff only hier und hier und dann kommt hier das manche mag sind rein genau aber das kann er jetzt noch gar nicht übernehmen genau hm hm 15 stunden hat er gerade mal hm hab ich insgesamt irgendwie ein wenig falsch gebaut ne fällt mir grad auf ein wenig doof haa sowas nervt ähm hm 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 das passt aber eigentlich gut will er jetzt nicht warum auch immer so so ähm wir haben hier store 15 ne äh store 15 ähm ähm egal passt auch so gerade ja das ist ja ja es ist ja das ist ja ein bisschen das ist ja ich muss ja das ist ja ja Was will ich erstmal wieder zurücksetze, dort soll die verlichtern werden, äh, store 5, storage, ähm, build, ropex, hier bräuch ich nur ne Mauer, ähm, achja, die Tür ist jetzt auch falsch, ähm, mhm, abreißen, Tür hier hinsetzen, hm, ist jetzt alles ein wenig doof, das ist jetzt hier das Dorf 5, wie lief der denn, mhm, plus 10% nur, ach, das war die Drogerie, ähm, Gerade alle umpflanzen, maintenance center, So, ah, haha, gerade ein wenig umbauen in der Folge, ja, das ist vielleicht gerade nicht so toll, aber, muss gerade leider sein, Kann ich gerade irgendwie nicht zum Boden arbeiten, ach, doch, da gibt's ja noch ne extra Übersicht für, ähm, So, ich muss nochmal gerade pausieren, ähm, so, sonst verlege ich gerade die Übersicht, äh, Staff, muss ich jetzt erstmal nochmal anheuern, ähm, Bauarbeiter, du solltest von, manchmal von 9 bis 12 arbeiten, dann brauche ich noch einen, der von, ähm, 12 bis 0 Uhr arbeitet, genau, und dann brauche ich noch einen, ähm, der den Müll wegbringt, Besten von 6 bis 21 Uhr, das habe ich, so, das wird abgerissen, da wäre jetzt gerade noch ne Straße, ganz gut, ähm, Brauchen wir hier noch, Staff, oh nee, Parking für die beiden Gebäude, setze ich auch gleich noch dahin, Schau mal gerade schon, wie ich das hier unten auch umbauen, ach, das nervt gerade wirklich, dass ich das falsch geplant hatte, Oh, nur ein Zipfel zu wenig, ja, verdammt, Was soll das sein? Insekten? Unge proto, oder was? Äh, gut, stoppen, das wollte ich jetzt natürlich nie starb reißen, No. Um. Not any active zone. Oh. Um. Universités Natürlich markiert aber doch wohl ungeziefert. Hier liegen nämlich ziemlich viele Müllsäcke. Deswegen werde ich da gerade nochmal einen Hausmeister einstellen. Mach ich doch eine 12-Stunden-Schicht raus. wahrscheinlich am besten hier würde ich nur am parkplatz bauen für die genau das sollte gebaut werden so jetzt noch mal schauen wegen der planung so da muss ich ein bisschen umstellen objekte kasse brauche ich erstmal ja so und so wie viel ungeziefer in dem shop einfach ist natürlich noch was hört man auch gerade auf der arbeit sprich ab genau auf diesen laden sollte ich aus gesundheitsmängeln da lieber schließen ich weiß gerade ob es geht na bauch schneller Ja, das muss der Müll gleich auch abgeholt werden, muss ich mal. Ey, das ist jetzt hier schon alles, genau, das solltet ihr da gerade im Laden gleich mal machen. Die Müll sollte dann auch gleich abgeholt werden, muss ich mal. Von der Theorie ist das so, von der Praxis. Ah, der muss noch dahin gebracht werden, dann wird es auch gerade, okay, gut. So, ähm, ja, der Laden sieht gut aus. Hm. Hm. So. macht sich da jetzt auch einmal darum das gefühl dass ich da lieber gerade mal ein paar hofmeister einstellt damit die sich gerade mal darum kümmern wird nämlich gerade immer mehr darf zwar gerade nur den einen laden aber kann ich gerade leider nichts mehr dran bauen okay der kümmert sich jetzt um perfekt so mache ich das ich glaube den laden werde ich mal komplett gott zunächte machen der laden fünf macht gerade ein schönes minus genau das ist aber doof so objekt alles abgerissen werden können den laden erst mal besser sauber machen denke ich mir mal ich habe ja noch gar kein stuff-only eingang oder doch vom lager zu noch einmal eine wand die habe ich auf der höhe gesetzt so so und dann wollen wir uns das only eingang den habe ich dort hingesetzt genau so 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 so